Guten Tag und herzlich willkommen im GW1-Wörsaal der Universität Bremen. Seit mehr als einem Jahr hat die Pandemie einen großen Einfluss auf unsere ganze Welt. Während dieser schwierigen Zeiten konnten wir Musiker und Musikerinnen mit unseren Instrumenten nur allein zu Hause üben, ohne die Gelegenheit mit einem anderen zu musizieren, um für sie liebes Publikum zu spielen. Aber seit kurzem dürfen unsere Streitinstrumenten wieder in kleinen Gruppen proben und wir freuen uns sehr, das heutige Konzert zu präsentieren unter dem Titel »Wir sind noch da«. Zwei Streichquartette aus unserem Orchester der Universität Bremen werden heute für Sie zwei wunderbare Stücke von Haydn und Mozart spielen. Das erste aus dem Vogelquartett von Haydn ist ein fröhliches Werk von Naturbilder und Vogelgesang. Das zweite aus Mozarts Hoffmeisterquartett ist ein lyrisches Meisterwerk, dem man den Einfluss der großen Opern sofort anmerkt. Wir freuen uns, dass Sie heute zugeschaltet haben und auf ein baldiges Wiedersehen würden im Konzert sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018